So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke eine neue Folge Pokémon GO. Heute ist Freitag, heute kommt Hannes, weil am Wochenende der WWE SummerSlam ist, das ist eine der vier traditionellen WWE Großveranstaltungen. Und wir wollten ja immer die vier traditionellen Großveranstaltungen wenigstens zusammenschauen. Dann, seht ihr Lavados, hier rechts am Bildschirm, das ist das Maskottchen für den August. Just, dann habe ich mein Relaxo wieder umgesetzt im Regal hinter mir, da wurde sich beschwert von Sarina, dass das gar nicht mehr zu sehen ist. Das war nämlich auf der anderen Seite, jetzt ist es wieder auf der Seite, dass ihr Relaxo seht. Dann dachte ich, ich kann heute endlich mein Negrotz mal GoFest Video rausbringen, was ich am GoFest Sonntag sogar direkt gleich noch aufgenommen habe. Aber weil immerzu irgendwas anderes ist, konnte ich es noch nicht veröffentlichen. Heute muss ich es wieder verschieben, denn es sind wieder neue News da. News sind vorrangig für euch, deswegen gucken wir mal auf die Pokémon GO Weltmeisterschaften 24 in Pokémon GO. Denn da gibt es auch wieder ein Weltmeisterschaftsevent dazu mit neuem kostümierten Pokémon und vielleicht sogar coolen Boni. Schauen wir mal hier, das ist das Titelbild natürlich. Ein Pikachu wieder mit einem neuen Outfit hat hier ein Schwimm-Outfit an, ein Schnorchel, eine Taucherbrille, Flossen. Hier ist ein Ninfu. Ich hoffe es heißt so, ja. Pokémon GO bei den Weltmeisterschaften 24. Wir krönen ein Weltmeister. Vom 16. bis 18. August finden die Weltmeisterschaften in Honolulu, Hawaii statt. Die besten Go-Spieler aus der ganzen Welt reden gegeneinander um den Titel des Weltmeisters an. Der Weltmeister bekommt neben anderen Preisen ein Weltmeister 24 Outfit. Das, was ihr hier seht, wenn ihr männlich oder weiblich seid. Und eine exklusive Pose im Spiel, wie der Pokal hochgehalten wird, eine Drehung dabei, rumgeschnorchelt. Sieht meiner Meinung nach eigentlich ganz cool aus, aber geht mir hier eh nichts an. Ich bin kein GBL-Spieler. Ich würde nie zu sowas hingehen und mich da probieren und alles. Deswegen, wenn ihr das sehen wollt, gibt es hier englischsprachige Streams auf Twitch. Das sind hier mehrere verlinkt. Tag 1, Tag 2, Tag 3. Ich werde euch diesen Blog-Post bzw. die drei Links unten in der Beschreibung mal verlinken, falls euch das interessiert, ihr das gucken wollt, dass ihr da hinkommt. Nicht, dass ihr sagt, wo war das nochmal? Links findet ihr in der Beschreibung. Jeden Tag 21 Uhr per Livestream könnt ihr dann dabei sein, euch das anzugucken, dort die Weltmeisterschaften. Avatar-Artikel zum Event. Haltet bei der Live-Sendung die Augen auf, denn es wird ein Code für das folgende Avatar-T-Shirt eingeblendet. T-Shirt weiß. Dieser Artikel ist weltweit über einen Code verfügbar, der während des Weltmeisterschaften-Streams am ersten Tag des Events veröffentlicht wird. Es gibt ein blaues T-Shirt, wo ich sagen muss, das finde ich eigentlich sogar schöner als das weiße. Das weiße sieht irgendwie dann so langweilig aus, weil es ist so viel immer weiß. Ich bin ja eher so der weiße Typ, okay. Aber das blaue hier, einfach mal was Kräftiges. Gefällt mir gut. Das blaue gibt es aber nur exklusiv vor Ort bei den Weltmeisterschaften per Schnitzeljagd. Also wenn ihr dort rumrennt, wenn ihr dort anwesend seid, wenn ihr dort vor Ort in Honolulu seid, dann könnt ihr das per Schnitzeljagd irgendwie bekommen. Die globale Verteilung gibt euch per Stream-Code das weiße. Das wird dann also wahrscheinlich wieder jeder haben. Jede News-Seite sagt dann, hier ist der Code, schnell einlösen. In jeder Gruppe wird hier Code, Code, Code. Alle bedanken sich gegenseitig. Also das weiße ist halt dann nicht wertvoll. Obwohl, wenn ihr natürlich an dem Wochenende dann nicht guckt und nicht seht und der Code ist ja auch nicht ewig gültig, kann man das natürlich trotzdem verpassen. In Pokémon GO findet ein Event zu den Weltmeisterschaften statt. Auch vom Freitag, dem 16. August. Aber nicht bis zum 18., sondern bis Dienstag, den 20. August. 16. August, Freitag, 10 Uhr. Bis Dienstag, 20. August, 20 Uhr. Auch in Pokémon GO feiern wir die Pokémon-Weltmeisterschaften alles rund um die GO-Kampfliga. Das wird die meisten Leute freuen. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Pokémon-Debüt. Ein neues, kostümiertes Pokémon erscheint während des Events. Das Weltmeisterschaften, 24, Pikachu. Mit etwas Glück kann man ihm auch Shiny begegnen. Jetzt denkt man, okay, gönne ich mir, das war's. Aber gibt's also überhaupt Wild? Vielleicht ist das ja wieder versteckt. Schauen wir mal. Event-Boni bis zu 5 Spezial-Trades pro Tag. Und mit einer Lade-TM kann man Frustration bei Krypto-Pokémon verlernen. Ist vielleicht jetzt nicht so krass, dadurch, dass jetzt die Abenteuerwoche beginnt am Freitag. Heute ist Freitag. Dadurch, dass heute die Abenteuerwoche beginnt und in der Übernahme der Abenteuerwoche Team GO-Rocket zurückkommt, man da Frustration verlernen kann, ist, wenn man eine Woche später wieder Frustration verlernen kann, das vielleicht halt dann nicht so prickelnd. Aber man kriegt ja auch im Rocket-Event, wo es mehr Rockets gibt, wieder mehr Krypto-Pokémon. Dann hat man am letzten Tag noch einen ganzen Sack voll gesammelt, vergisst vielleicht, das zu verlernen und kann eine Woche später wieder verlernen. Ist vielleicht also doch nicht so verkehrt. So. Wilde Pokémon. Was haben wir denn hier? Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Mankey, Schlurp, Merrill, Paldea Felino, Wablu, Datiri, Rokara, Mabula, Gazdella mit etwas Glück, Panzer, Aeron. Sind alles wohl GBL-relevante Pokémon. Die können auch alle shiny sein, bis auf Rokara. Rokara finde ich hier interessant, weil Rokara war mal auch zum Go-Fest ein wirklich seltenes, begehrtes Pokémon. Ich habe damals auf dem Main dann auch einen Hunderter gekriegt, habe das dann hochziehen wollen auf Level 50 irgendwas. Das war richtig brutal. Alle haben gesagt, Rokara ist total überpowert hin und her. Jetzt könnt ihr es hier wild bekommen. Also das wird wahrscheinlich das Highlight sein für viele Leute. Alle anderen Pokémon gab es ja schon in diversen anderen Events. Hatten teilweise Sea Days und so weiter. Deswegen Rokara also ein kleiner Lichtblick. Menkey hat ja noch seine Weiterentwicklung jetzt. Schlurp, gut, Schlurp ist vielleicht doch nicht so cool. Merrill, okay, Azumarill habe ich dann immer genommen, auch in der Superliga. Wablu, Altaria habe ich oft gesehen. Datiri ist am Start, genau. Mabula. Ist Mabula gut, weiß ich nicht. Gazdella ist auf jeden Fall oft auch verdreht. Und Panzer Aeron habe ich auch in meinem allerersten Team, was ich je hatte in der Superliga, habe ich glaube ich auch Panzer Aeron mit drin gehabt. Belohnungen für Feldforschungen. Achso, ihr seht übrigens, wild, keine Pikachu. Belohnungen für Feldforschungen. Für den Abschluss der Feldforschungsaufgaben gibt es folgende Pokémon. Das Weltmeisterschaften Pikachu. Wablu, Linfu und Gazdella. Das heißt, Pikachu und Linfu, die zwei Titelträger, sind versteckt in Feldforschungsaufgaben. Es wird wieder eine kostenpflichtige, befristete Forschung geben für 5 US-Dollar. Hier gibt es einen Premium-Kampfpass. 25.000 Sternstaub und Begegnungen mit Pokémon wie Azumarill, Mundtier und Chrysalia. Finde ich nicht ansprechend. Also die Pokémon an sich interessieren mich meistens sowieso nicht. Oder Staub und EP interessieren mich auch nicht. Mich interessieren immer die Premium-Items. Da muss ich sagen, es gab schon Forschungen. Die haben 1,99 gekostet. Und da waren 3 Raid-Pässe drin. Plus dann eben Staub und Erfahrungspunkte und Pokémon und alles andere. Aber für 5 US-Dollar, ein Premium-Kampfpass, finde ich nicht cool. Also da würde ich von abraten. Aber wahrscheinlich, wenn es wieder jemand schenkt, dann muss ich es ja lösen. Dann freue ich mich über diesen einen zusätzlichen Pass, den ich da noch habe. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier nicht den Mehrwert. Raid-Kämpfe. Folgende Pokémon in Raid-Kämpfen. Mit etwas Glück könnt ihr in Pokémon GO außerdem zum ersten Mal schillernden Lin-Fu begegnen. Hä? Jetzt muss ich nochmal hochgucken. Ist das da auch? Achso ja, bei den Feldforschungsaufgaben ist bei Lin-Fu ja auch eine Rosette dran. Das heißt, Lin-Fu kann Shiny sein. Hier gar kein Text dazu. Erst bei Raids steht dann das dabei, dass man das erste Mal also Lin-Fu in Shiny begegnen kann. Raids der Stufe 1, Pikachu, Lin-Fu. Angeblich ist ja, wenn du raidest, sowieso die Wahrscheinlichkeit auf dem Shiny höher, als wenn du es jetzt wild fängst. Steht da jetzt wieder nicht dabei. Außerdem gibt es ja gar nicht wild. Da können sie ruhig die ganz normale Standardrate in die Raids packen, weil es wird ja eh jeder versucht gefühlt raiden. Raiden. Raids Stufe 3, Schnurp, Galaflund, Schlick und Krabbit. Krabbit mit dem Bierbauchfass, der ist auch immer lustig. Ansonsten, ja, Lin-Fu, Shiny, weiß ich gar nicht, wie das aussieht gerade. Ist aber bestimmt interessant und das Pikachu muss einfach in jede Sammlung. Also Pikachu ist ja wieder so ein Ding. Das gibt es nur während des Events mit diesem Kostüm. Das ist eigentlich das wichtigste Pokémon. Lin-Fu, wenn ihr keins kriegt, ist egal. Ist ab dem Moment ja dann Shiny und könnt ja auch in späteren Events oder irgendwann in der Kampfliga vielleicht durch Zufall mal in Shiny kriegen. Krypto-Raids. Die folgenden Pokémon erscheinen bei Krypto-Raids in Arenen, bla bla bla. Ihr wisst ja hier, Krypto, wie das abläuft. Krypto-Raids Stufe 1. Krypto-Magnetilo. Finde ich gut. Krypto-Dratini. Finde ich mega genial. Krypto-Felino. Krypto-Skorklar. Heißt natürlich aber, wenn das alles Stufe 1 ist, es gibt also nicht nur Lin-Fu und Pikachu in Stufe 1 Raids. Ihr habt auch die einer Krypto-Raids. Das heißt, es ist wieder so viel Zeug da, dass wenn du gezielt Lin-Fu raiden möchtest, wirst du kaum die Chance haben, weil es halt kaum welche gibt. Krypto-Raids Stufe 3. Krypto-Wohin genau. Krypto-Kirlia. Okay. Krypto-Zobiris. Okay. Also Wohin genau ist er in der GBL auch? Ne, als Arena-Verteidiger eine Wucht in der GBL. Weiß ich nicht, macht man da was? Als Arena-Verteidiger nervt er auf jeden Fall komplett. Kirlia-Zobiris. Beide auch mit Mega-Entwicklung am Start. Kirlia hier in den Dreiern wohl mein Favorit. Exklusive Attacken. Schlurp bekommt die Lad-Attacke Body-Slam. Lin-Fu bekommt die Lad-Attacke Turm-Kick. Alles, was ihr also hier in diesem Event fangt. Bestimmte Pokémon, die ihr entwickelt, erhalten. Dann wieder da. Morlord, Nassschweif, Altaria, Mondgewalt, Akub, Voltwechsel, Fiyaro, Einäschern. Also die ersten könnt ihr so fangen, haben die Attacken dabei, weil ihr die ja so nutzt. Und die anderen, wenn ihr entwickelt, wenn ihr Feline zu Morlord entwickelt, kann das dann Nassschweif und so. Neue Avatar-Artikel stehen ja auch noch dabei. Die folgenden Artikel sind auch ab dem 16. August verfügbar. Eine ukulele Pose. Ja, das sieht aus, als würde da jemand Fischerhut auch am Start und Alola-Hemd. Ja, die Frisur dazu. Der Gesichtsausdruck, dieses, das ist auf jeden Fall passend. Würde ich mir nie holen, sorry. Pokestop-Showcases. Es finden wieder Pokestop-Showcases statt. Und dann gibt es ja am Freitag, dem 16. August bis Dienstag, also genau die gleiche Zeit, wie eben einfach dieses Event läuft, das Go-Kampf-Woche. Hä? Zusätzlich noch. Könnt ihr also die ganze Zeit in der GBL rumhausen. Viermal so viel Sternenstaub. Von 0 Uhr bis 23.59 Uhr. Statt fünf Sets. Ne, statt. Statt 20. Statt fünf Sets gibt es 20 Sets. Das heißt also insgesamt 100 Kämpfe am Tag. Das kennt ihr ja. Dann eine kostenlose, befristete Forschung. Wo ihr eine Tracy-Perücke erhaltet. Bei Pokémon, denen ihr bei Go-Kampf-Liga-Belohnungen begegnet, variieren die Werte für Angriff, Verteidigung und KP stärker. Ja, das ist, das finden manche jetzt wieder doof, weil sie sagen, hä, wieso ist das so schlecht? Ich denke, das hat Mindest-IV. Aber in der GBL geht es ja eh um andere IV-Werte. Und die müssen nicht optimal sein. Die müssen komisch verteilt sein. Und die kriegt ihr in der GBL, wenn ihr am Go-Kampf-Wochenende kämpft. Hier steht jetzt leider nichts dabei von einer Lade-TM, also einer Top-Lade-TM. Früher war es so, dass gerade an diesen Go-Kampf-Wochen oder Wochenenden es immer eine Forschung gab, wo es auch eine Top-Lade-TM gab. Da hat sich jeder mal drauf gefreut. Hier, Forschung mit einer Tracy-Perücke am Ende. Laufende Ligen, Superliga, Überliga, Meisterliga, Funk-Cup-Edition, Superliga. So, Web-Store-Spezialboxen, die lass mal weg. Das geht mich eh nix an. Für 10 Dollar oder 20 Dollar könnt ihr euch jetzt aber die Top-Lade-DMs kaufen. Und ansonsten sind das alle News dazu. Also, ich finde das Pikachu ganz cool. Ich bin gespannt, wie Linfou in Shiny aussieht. Ich freue mich auf Krypto-Dratini-Rates. Und, ja, keine Ahnung, ansonsten war es das eigentlich für mich. Was sind eure Ziele? Ich werde gucken, dass ich da die kleine befristete Forschung mache. Gucken, was da sonst noch so drin ist. Schauen, ob ich ein Ticket kriege. Ich hoffe es nicht. Wenn, dann mache ich da auch irgendwas. Mal gucken, was da so drin ist. Und dann war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und ciao.